Die Sterblichen sind die Menschen. Sie heißen die Sterblichen, weil sie sterben können. Sterben ist, denn Tod als Tod vermögen. Nur der Mensch stirbt, und zwar fortwärts, solange er auf der Erde, unter dem Himmel, vor dem Göttlichen bleibt. Nennen wir die Sterblichen, dann denken wir schon die anderen drei mit. Doch wir bedenken nicht die Einfalt der Vier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020